Gegen einen Schützen wie sie will ich nicht antreten. Wasch! Okay, aber immerhin... Hier, guck dir das Ding mal an. Was ist das denn? Worauf warten wir noch? Hallo, die Scheiße. Das hat so einen Rückstoß. Sieht auch schon so krass aus. Das hat 40 Schuss im Magazin. Und das ist ein Gewehr. 41 Schuss. Jetzt kommen die krassen Dinge an am Tageslicht. Ja. Zur Hölle. So. Ruf ich mal unsere Freunde. So, da hinten sind die Gegner. Verstärkung zu steil. Der ist einfach explodiert. Boah, das ist ja richtig brutal damit zu zielen. Weil wir ihn nicht sehen. Was ist denn das schon wieder für ein kleines... Das ist ein Kettenseilkonto. Komm! Ah! Geh wirklich von mir! Alter! Schwell gepanzerter Feind erkannt. Wir sehen. Ich hab mich nur da drin. In mir! Hallo! Schönen Gemma! Pestern! schnappen wir uns kann ich davonlaufen hier kann man voll nach unten muss dann gleich immer nach unten in die kanalisation gehen ich glaube es ist interessant ja es soll viel Loot geben also ich habe einen Kanal mitgekommen da soll diese die Bauteile ja wo sind die oh da oh mein gott das ist muss ich sagen super der hat null Leben ich bin nicht auf der Treppe hä ne das we're dead in him das Ding hat einen sau hohen Rückstoß das ist echt nicht schön der ist einfach geplatzt der ist ja der Werfer ich glaube dieser Gemwerfer macht auch Schaden glaube ich ich weiß es nicht ich weiß es nicht der hatte auch der hat da irgendeinen Container bei sich ja vielleicht ist der getroffen worden irgendwie ich bin nicht auf der Seite 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 Kann ich irgendwie... Au! Ja und wo? Die Feinde kommen denn da noch? Nachschubrauben. Ja. Hier hinten. Brennt alles! Was hier los ist manchmal. Kommen ja immer Wehrfeinde noch. Der Guide schon wieder nach Loot hier. Ja natürlich. Hallo, das tut noch leid. Der hat gesagt, Nachschubrauben. Nämlich natürlich auch Nachschubrauben. Ich komm da nicht hoch. Oh, ich bin falsch gelassen. Geh woanders hin! Gehen wir es an! Gib dir Rückendeckung! Panzerweste Big Drum. Also das muss ich mir gleich mal angucken. Einer ist... Ernst? Nein! 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 Ist jetzt mal gut? Wo ist der? Ist hier. Ja, wie viele denn noch? 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 Das ist ja... Okay. Nun. Es ist ein Elite-Ressourcen-Convoy. Vielleicht deshalb. Viele müssen blau auslegt hier einfach. Ja, guck mir auch. Ja, das ist der Ressourcen-Convoy von den Gegnern. Ja, das waren die Ressourcen-Convoy. Deswegen waren das so viele, ey. Ich wollte schon sagen, das kann ja nicht sein hier. Das ist zwar sehr, sehr stark, aber nein. Das Ding ist kacke. Komm, das kommt jetzt da rein für dich. Verteidigungssystem? Kein Verteidigungssystem? Passt das vielleicht da nicht rein? Das kann natürlich auch sein. Aber immerhin eine High-End-Brustplatte, ne? Äh. Hallo. Hallo. Was da hinten schon wieder abgeht. Äh. Nächster Kontrollpunkt ist ganz da unten. Da müssen wir ein Stückchen laufen. Können wir da eigentlich Abkürzung? Äh, die Abkürzung ist auch nicht wirklich nennenswert. Irgendwo so gut hinlaufen. Ja. Vor allem, die waren noch alle... Das waren noch ein paar Gelbe dabei eben, ne? Ich hab wieder mein Lieblingsgewehr gefunden. Ich hab wieder mein Lieblingsgewehr gefunden. Äh. Äh. Das haut immer rein, wenn du das neu kriegst und das richtig heftig ist. Was ist das für ne Gülle, Alter? Was? Hä? Schießt der auf mich? Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ach so, genau. Weil der mich noch treffen kann von hinter der Wand. Äh. Hält das System! Verbrennen wir sie! Ich mach dich fertig. Was? Hä? Wo befinden wir uns eigentlich schon wieder hier? In welcher Situation? Jawohl. Ich hab keine Ahnung. Jetzt haben einfach Leute angegriffen. Ein. Bewegung, Arschloch. Wohin. 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 Dürfen wir jetzt auch mal was anderes machen als hier zu verteidigen die ganze Zeit? Nee. Kellenur. Kellenur! Kellenur! Unglaublich. rettungseinsatz ja registrieren zusätzliche kontakte wie genau kommt man hier rein über das leute ich weiß nicht wie man hier reinkommt hier steht was jemand müssen jetzt hier unten im bereich sicher zugangsschlüssel entdeckt hat keinen spaß gerade gehabt das ist ein sound das hier mal hörst du das ich glaube du hörst die sounds nicht so wie ich das ist halt brutal das ist auch eine AR-15 oder auch eine Lvoac wo ist jetzt geisel kenne dahinten ich bin mal so frei ne wo ist mein Loot ja in der Toilette aber danke für meine rettung danke für deine rettung sagt er hier eines ihrer projekte am campus ist bereit zur fertigstellung oh sonnenbrille türkis nice ja wo ist unser Loot jetzt hier es gibt keinen Loot ja wir haben noch einen Schlüssel ja das war ja um die Tür auf zu machen kann man ein bisschen im untergrund hier rumgeiern gucken was es hier so gibt viele Materialien zugang zum nachschubraum freigeschaltet guck wir haben zugang zum nachschubraum freigeschaltet wo ist der nachschubraum das ist doch okay man das ist doch gut ich hoffe es verstanden ja guck mir hier ist so ein Skill-Punkt-Ding irgendwo eh blöd oder was ja ich hab Schlüssel der True Suns gefunden nice war der da drin einfach oder was der war hier in diesem Schlüsselkasten oh ich hab Schlüssel der Hyäne hast bekommen cool ob du irgendeine krasse Knarre kriegst verbündeter Kontrollpunkt entdeckt ähm die nennt sich P416 Militär-Version die kennst du ja die hab ich auch genau die hab ich auch in High End hä hier drin hier oben ist ein Shade-Tech Behälter und Schlüssel der Outkast hier oben ist ne Kiste äh warum gibt's denn so viel Stuff aktuell was ist denn hier los man hast du das hier mitgenommen da hast du was lilanes gedroht 10 was hast du wo war das? da unten hä ich tropp die Wahl etwas ich kann gar nicht mehr hingucken wo wo da erst eine Schnauze hinstellen ja so ich porte mich jetzt zum Safer Sammels da können wir direkt straight nach unten laufen strait nach unten Oh, ja, 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 das ist ja gut, das ist ja gut. Das gefällt mich. Und weg mit dem Dreck. Keine Materialien erhalten, schade. Tragbares Gerät erkannt. Wo? Irgendwo da in der Wand, also. Uninteressant. Ich muss mal diese P-Ding dann ausprobieren. Die ist super. Guck mal, genau da wollen wir hin. Wann ist ein Eingang in Kanalisation? Wenn wir die nachreiten. Oh mein Gott. Hä? Was ist blöd oder was? Was zur Hölle? Nein! Hallo, klar. Du meinst, du kannst dich retten? Oh mein Gott, das Ding ist saugenau. Ich rufe die Alleen herbei. Rettet mich. Da kommt ich wieder mit dem Auto. Ah! Wow, das ist fucking okay. Alter. Da kann man überhaupt nicht hingucken, wenn man damit schießt. Wenn das Ding ausrastet. Ja, mit der Waffe, die ich hab. Weil wenn du nämlich schnell schießt, danach wackelt der ganze Bildschirm hoch und runter. Schießt nach Rakete. Oder was war das? Das ist ein Molotow. Wo ist denn der, ach so, schwer gepanzerte Feind? Hinten. Guck mal, wie... Ich bin über einen Haufen geschossen. Reingekleistert, warte. Ich geh mal oben ans Schöne MG. Ich hab mal einen Eigen. Kann das auch sowas? Nicht so heftig, aber ja. Wo denn? Hier, links. Ganz links da hinten. Fest. Du kriegst. Mach. Die sind überhaupt nicht um die Ecke gekommen, oder? Gar nicht. Ach, hierherherher. Ah, vorwärtsrahmen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Yeow. Yeow. Nice. Hey, hallo. Da, da, da. Was ist das? Oh, High-End Brustpanzer. Naja. Naja. Oh, ja, 6k, man. Damn. Hey, fuck. Hey. Hier war doch noch was. Hier. 1700 Bonus-Rehr-Arrüstung. Josh. So, was will er denn? Ja, ganz ruhig. Ich hab genug. Also, wenn du noch ein bisschen mitspinnest, dann kriegen wir es vielleicht sogar voll. Jawohl. So viel ist es nicht. Ich kann auch mitspinnen. Ja, ich... Wenn da noch Platz ist überhaupt. Okay, ich hab alles gespendet. Du bist level ab. Ja. Mir fällt auch nicht mehr viel. Okay, das hätten wir... Äh, hier kann man wieder... Hier kann man wieder an... Ah? Kann man aber wieder dran vorbeikommen? Kontaminierte Zone, da kommen wir sowieso nicht mehr. Oh, ich orte ein Versteck mit... Agent, in einem Außenposten der True Suns scheint es ein Versteck mit Shadehack zu geben. Nehmen Mission. Oh mein Gott. Perfekt. Perfekt. Was ist hier los? Was? 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 Folge einfach der Spur aus Loot. Ich höre das schon, wenn ich das schon höre. Weißt du, wie das ist? Wenn man einmal das Ding aktiviert hat, dann muss man es ausnutzen. Was? 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 Hier gibt es angeblich Wasser zu holen. Eine Utensilie. Auch genannt Gabel. Nein, das ist eine Utensilie. Feuerwehrkörper sind es hier. Die explodieren sogar! Uh! Ja, natürlich explodieren die. Was dachtest du denn? Hä? Ja, keine Ahnung. Du weißt ja nicht, mit was man alles interagieren kann. Eine Propaganda-Sendung. Propaganda. Wussten die, dass wir kommen? Was? Was? Das sah nicht. Der ist in meinem Face, ist er explodiert einfach. Hallo? Willst du hin? Ja, nein. Aber hier ist was zu blündern. Ja, komm. Ich stammt. Siehst du meinen neuen Helm? Das sieht ja geil aus. Da hinten kommen sie. Obwohl, da kommen andere, aber das sind nicht die, die uns jetzt eingreifen. Vorgang angehalten. Ach. Ja, ist doch okay. Vorgang fortgesetzt. Da hinten. Komm. Patrouilleer. Ben sich gleich mit einmischen, glaub ich. Ja. Fuck. Die kämpfen gegeneinander. Ja. Lass sie kämpfen. Ja, ich hol mir mal das blaue Teil in der Zwischenzeit. Du musst es aktivieren. Kann ich nicht. Boah, ein Schlüssel. Das müssen sie auf jeden Fall treten. Alter, da. Jetzt kannst du. Ich seh dich nicht dahinter, oder? Kommen wir zu dir. Jetzt will der rüberklettern. Gibt's nicht. Vorgang fortgesetzt. Was ist denn das jetzt? Was? Was ist das? Alle back! Du wirst. Ah! 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 Panzerwäste Big Drum! Ich hab's auch gekriegt. Ich hab aber schon überlegen, ne? It's Big Drum! Also eine... High-End heißt es ja. High... High-End! Ach ja. Ach ja. Mensch. Krankheit. Hunger. Das Theater kann Ihnen helfen. Unsere Gemeinschaft basiert auf gegenseitigen Verständnis... ...und. Sichern Sie den Außenposten der TrueSuns und legen Sie die Sender still! Mir wird schlecht, wenn ich diese Spinner noch länger hören muss. Holen Sie sich dann die Shade-Tag. Feiertlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Feiert... Was hat er gesagt? Ich orte ein Versteck mit Shade-Tag in einem Außenposten der Truth House. So. Erfolg. Ich kam, sah und kontrollierte. Das hatte ich auch. Das habe ich auch vorhin bekommen, aber... Den Eingang sichern. Du hast... Ah ja. Warte. Dein Rackenwerfer. Ich mach dich wieder fit. Der Beschuss ist zu stark. Alles wieder gut. Ich kann drei Sender sehen, hat eine Handvoll Feinde in die Verteidigungsstellung. Komm mal wieder hoch. An den Masten sollten Bedienfelder sein. Legen Sie sich still, Agent. M44 Jagd-Version. Nice. 11K macht die. Ne. Hallo. Das ist wie so ein Rus... Ruski. Deine Mütze. Ruski? Ja. Zium irgendwas? Wir müssen sogar hier hoch. Halt. Wie fühlt sich das an? Okay. Wir haben die Schöne aufbauen. Was? Angriff an der Flanke! Was ist das? Du, du, du... Bist du das? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich bin gut. Oh Gott! Bist du drauf? Ich kann falsch w Meyer aussehen. Du, 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 du. Dann nehme ich raus.